Im Endeffekt muss ich loswerden, dass Hexen bis aufs Blut gequält seinem Titel wirklich in nichts nachsteht. Der Film zeigt über seine Laufzeit von über 90 Minuten lange, ausgedehnte, brutale, wirklich widerliche Szenen, die dem Zuschauer noch lange in Erinnerung bleiben, schafft es aber gleichzeitig durch eine hervorragende Charakterzeichnung sowohl der Opfer als auch der Täter, dass dieses Machtgefälle, dass diese damalige Vollmachtstellung der Exekutive noch widerwärtiger wirkt, dass die die Hilflosigkeit der Leute, die Machtlosigkeit noch stärker in den Vordergrund tritt und macht den Zuschauer dadurch eigentlich immer wieder relativ wütend, wenn er das mit ansehen muss, was er in dem Film zeigt. Dadurch hat Hexen bis aufs Blut gequält, obwohl der Film mittlerweile über 40 Jahre alt ist, immer noch eine große Wirkung und übertrifft aktuelle Torture-Porn-Streifen um so einiges. Und also obwohl die grafische Gewaltdarstellung hier zwar für die Entstehung des Films, für die frühen 70er Jahre extrem war, aber heutzutage eigentlich von dem her kaum mehr entstanden hat, trotzdem ein, blöd gesagt, Meilenstein des Folterkinos, Einer der einflussreichsten, brutalsten und spannendsten Filme des damaligen Horror-Genres und auch heute wirklich noch eine Empfehlung wert.